Herr Büchner, auch angesichts der Darlegung von Herrn Wagner noch mal eine allgemeine Verständnisfrage. Der Kanzler hat ja regelmäßig erklärt, dass er vollumfängliches Vertrauen hat, dass Israel bei seinem Vorgehen im Gazastreifen sich an das Völkerrecht hält. Bleibt der Kanzlerin weiterhin bei dieser Einschätzung? Gibt es weitere Fragen zum Thema Gaza? Vielen Dank.